Schwenke ich hier mal so rum. Zack, wenn es an ist. Oh, nee! Es ist an. Blinke mich an, wenn es an ist. Das Zufil- und Hoferland-Klinikum Weimar. Weißt du, was das bedeutet? Was? Dass wenn wir frühzeitig verunblücken, sind wir näher am Krankenhaus. Das stimmt, das ist der Vorteil. Allerdings, wenn wir anderweitig irgendwie sehr gut sind, lange Zeit, dann wird es immer gefährlicher. Die sind am Ende gefickt. Na, egal. Let's go. Schwenke-Kowatzki? Schmonski-Gielonski. Hörst du alles? Hört schon. Benutzt auf jeden Fall ab und zu mal die Bremse. Hörst du mal bitte mit? Warte. Warte. Nein, 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 nein. Weiter. Hier jetzt rechts. Alles klar. Ach, scheiße, Blicke vergessen zu setzen. An der Schrank, ey, an der Schrank, ey, auf jeden Fall langsam. Und die Blicke, an der Schrank, die wir auch ein Problem setzen. Ja, das schaffen wir. Das ist total smooth hier einfach durch. Ich muss vielleicht den Arm mal einziehen. Du hast schon gechillt. Oh, 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 oh. Ich hab sie doch bekommen hier den Vorfahrt. Ja, sachte. Nicht zu sachte, sonst bleiben wir stehen. Jetzt haben wir hier natürlich viele Vorfahrten. Ich glaub nicht, dass wir es zum Raps schaffen. Ey, sei ja nicht so bestehendisch, ey. Ja. Oh, Alter. Keine ruckartigen Lenkbewegungen. Ich hab nur eine Hand. Jetzt hier rein, ey. Ja, geradeaus quasi. Wir können doch im Garten fahren. Nee. Oh, ich glaub ja, oh, fuck. Was machst du? So machst du nicht. Ja, nee, wir schaffen das nicht bis vor. Da müssen wir hier leider links rein. Nee, da müssen wir jetzt alles wieder raus. Ja, klar. Und vor allem ist das unerforschtes Terrain. 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 Oh, Mann, Alter. Ist doch da okay. Oh, Mann. Langsam krieg ich einen Krampf, wenn sie baden. Aber es geht schon. Oh. Gechillt. Marcowatzki. Schmanzko. Wansko. Timbensko. Ich bin doch keine Maschine. Da.